Musik 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 Jetzt vor der Widerwillings Jetzt können Sie ein bisschen Gas geben Passen Sie auf die Kurven auf, das Ding hat einen Ja Ich hab das Stop-Shit gesehen, aber ich bin ein bisschen im Einsatz gerade Musik So Diese Straße fahren wir jetzt ein Stück Es wird jetzt übrigens abends, das heißt wir könnten mal das Licht anmachen Mit der Taste L Das Licht ist kaputt glaube ich Vielleicht achten Sie auf den Tank nicht, dass der Tank leer wird Es wird Ja, das Licht ist kaputt, definitiv Das Licht ist kaputt Die Fahrzeuge hier sind echt beschissen gewartet Wieder vielerhafte Waage Kein Licht Dann müssen wir das Licht selber einbauen Ah, ich sag's doch auf die Kurven aufpassen Ist doch nichts passiert Ist doch nichts passiert Ist doch nichts passiert Was hab ich Ihnen über die Kurvenlage dieses Verzeihfahrzeuges gesagt Ist doch nichts passiert Wir liegen auf dem Dach, das nennen Sie nichts passiert Nein, ich bin wieder am Leben Ich hab keinen Schaden, keine Verletzung, gar nichts Ja, Sie könnten mal aussteigen Da kommen eh schon die Kollegen Ja, das sind einfach ganz schlechte Autos Ah, 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 ah Zeus hört Zeus an alle Einheiten in der Nähe der Hauptstraße Richtung Pyrgos Zeus hört Seus hört Seus hört Seus hat verstanden, Zeus ist gerade außer Gefecht Ok, Zeus hat verstanden, bitte alle Einheiten verstehen zur Verstärkung von 5702 Ok, alle Einheiten zur Verstärkung von 5703 5703, bitte ständigen Statusupdate Ihrer Position kommen 15.03 befindet sich in der Kohlemine Fahrzeug weiterhin flüchtig Tempest Das liegt ein bisschen auf dem Dach Das liegt ein bisschen auf dem Dach Für 50.01, Sie kommen gleich an unserer Position vorbei Wir hatten leider dank des Constable Ernsthaftes einen kleinen Unfall Wir müssen uns bitte mitnehmen, kommen Für 50.01, zum Gold verstanden, zum 100 BX Ende Ja, das war leider Constable, der sich jetzt da unten reinlegt Zeus für 50.03 Hat Scheiße gebaut, komm doch mal raus da unten Das brauchen wir jetzt gar nicht die Schildkröte zu machen Ja, Zeus hört Wir brauchen wegen Luftunterstützung hier, kommen Ja, Zeus hat verstanden Ekaros, 59.01, kommen 15.01, Hört, kommen Bitte unterstützen Sie für 50.03 bei Verfolgung zweier Tempest, kommen Ich kriege gleich ein Eis für den 5.01 Ich kriege gleich ein Eis für den 5.01 Für, äh, Zeus Frage Ikaros, 59.01 oder Athena, 5.01 Ich wiederhole, Ikaros, 59.01 Was stehen Sie denn jetzt hier schon wieder da rum? So, einsteigen Herr Haft, wir müssen zum Hauptquartier Wie springen denn wieder ein Heli Wir können 50.03 meldet, wir haben einen Tempest-Follower an Okay, mach das bitte Östlich von Pyrgos Ja, wo denn? Äh, da Der Haft, einsteigen Ja, in die Sport Ja, in die Sport Achso, da rein, einfach Ja, da eingesteigen Wir können dann wieder weiterfahren, so war der Plan So, bitte Zum nächsten Akku 55.03 von Zeus Kommen Schlechte Nachrichten, Ikaros ist gerade technisch der Defekt Ikaros wird ihnen nachgeschickt, sobald wieder Einsatzbereit Fahrt Feuerangabe an Für Feuerfreigabe an Feuerfreigabe erteilt, kommen Dankeschön Dann gehen sie mal weg 55.03 für 55.01, kommen 0.03 hört, kommen Wir geben uns in Richtung eurer Position, haben allerdings durch Fahrzeugprobleme einen etwas längeren Weg vor uns Wir haben uns natürlich, um Unterstützung zu geben, kommen Moment, ich bin noch mal weggegangen So, jetzt machen wir weiter Warte, warten Sie Sekunde, ich muss noch was ausprobieren Was? Oh Gott Bin gleich Manu, manu, manu Ja, okay, klar, ich hab's im Griff Ich hab jetzt, ich trainiere jetzt heilen Muss man ja auch im richtigen Moment, ne? Muss man ja können Ich hab übrigens dann in 13 Minuten Dienstschluss Okay, ja, mach mal Okay, ja, mach mal Und sagst du, wo 55.03 sie gerade befindet Was? Das sind die Kollegen Leider Unfall Scheiße Auf die Karte gehen und mir sagen, wo die Streife 5503 ist Ich will nicht ablenken, wenn ich Auto fahre Was, wo, wie, 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 wer? 55 was? Aber, wie, wie, wie soll ich den denn jetzt hier finden Die sind aber stark am trainieren Du gehst auf die Karte und suchst dir diese blauen Punkte, die sich über die Karte bewegen. Das sind unsere Kollegen. Ich bin dabei lieber nicht, wenn ich das nicht beschleunige. Wir müssen ein bisschen reinzoomen. Dieses blaue Auto. Und irgendwo gibt es ein Auto, wo ein Freddy Puppet und ein Lucky Punch drin sitzen. Dieses Auto brauchen wir. Da müssen wir hin. Oh Gott. 55. Ich mach's anders. 55.03 von 55.04, kommen. 03 hört, kommen. Frage, Position, kommen. Ich hab was für Besseres gefunden. Fahren an der Schakia-Bucht, südwärts. Das ist östlich von Pyrgos. Habe verstanden, benötigen Sie noch Hilfe bei der Verfolgung der Tempests, kommen. 55.01 geht jetzt wieder in die Luft. 55.04 hat verstanden, sind auf dem Weg. Zeus hat verstanden, Icarus guten Flug. So geht Funken. So geht Funken. Ach nee, was ist denn da los? Ich hab was für Athena 03, kommen. Ich hab was wichtig gefunden. Können wir nicht einfach was hören? Zum Beierabend? Ein Händler? Nein? Brauchen an unserer Position. Charki erbrucht. Wir haben noch nicht feierabend, wir müssen jetzt noch nicht verfolgen. Tempest flüchtig, außer Sichtfeld. Icarus auf dem Weg. Kommen. Ja, warum stellt ihr die Polizei auch jeden Idioten hier ein? Das muss man auch mal sagen an der Stelle, ne? Wieso Idioten? Also ich hab jetzt noch keinen Kunst überlebt, der an einem Tag zwei Autos so geschrottet hat. Oh, okay. Warum schicken die jetzt uns den Nothof? Sollen sie uns doch ein... Ach man, Leute, das ist doch kein Nothof. Geil, jetzt kackt mir meine Aufnahmekarte ab. Ich krieg ein Rappel.